willkommen zu platz 75 meiner meinung nach der bottom 100 filmliste und damit ja ein viertel des rom es gibt aber nichts zu feiern sondern wir haben wieder einen neuen film und jetzt werden sicherlich viele sagen wie kannst du nur aber ich muss einfach und zwar ist es highlander ja der original erste aus den 80ern ja hier steht sogar classic of the 80s cinema ja highlander mit christophe lambert oder christopher lambert je nachdem wie man sehen will er ist ja eigentlich franzose also dementsprechend müsste er eigentlich französisch ausgesprochen werden schon konnery und clancy brown in den männlichen hauptrollen eine frau gibt es auch aber wie die heißt weiß keine sau was steht denn hier roxen hart natürlich wer kennt sie nicht ja muss ich wahrscheinlich gar nicht viel sagen weil die meisten kennen den film ja kurz zusammengefasst es gibt ein geschlecht von unsterblichen die offensichtlich zu beginn nicht wirklich wissen dass sie unsterblich sind und connor mccloud vom vom clan der mcclouds einen schotten einem schotten clan im jahre 1500 irgendwann 1536 ist zum beispiel so einer bloß wie gesagt er weiß es nicht und in einer schlacht stirbt er oder bzw wird er tödlich verwundet aber am nächsten tag hüpft er fröhlich munter darauf los und und alle denken so ja der teufel ist in ihnen gefahren und vom teufel besessen und muss eben getötet werden aber einer seiner freunde kann sozusagen das todesurteil dass es ja eigentlich gar nicht geben würde aber das wissen die ja nicht kann es umwandeln und sagt okay er geht einfach wir vertreiben ja und diese unsterblichen dann gibt es halt noch viele andere von denen die liefern sich wenn immer sie aufeinandertreffen duelle bis am ende nur noch einer übrig bleibt deswegen war der deutsche untertitel auch falls ich es nicht schon gesagt habe oder sogar der original untertitel wusste ich gar nicht der kennen die only one also es kann nur einen geben und ja das ist natürlich die frage wer ist das weil es gibt natürlich wie bei allem im leben gibt es welche die eher böse ziele verfolgen andere die also die guten sind und connor mcleod ist ich denke da verrate ich nicht so viel einer der guten ja und der kämpft sich so durch die jahrhunderte das ganze ist ganz nett gemacht weil man ja wirklich dann immer so eigentlich nur in rückblenden sieht wie sein leben war und in welchen jahren er sozusagen stationen gemacht hat wie gesagt 1536 fing es an und dann hat man irgendwann so dass das 17 jahrhundert 18 jahrhundert 19 jahrhundert das frühe 20 jahrhundert bis dann eben 1985 oder 86 von da ist er wo er dann mit clancy brown der körgen spielt auf den letzten sozusagen trifft und da wird es richtig heiß da geht es um den großen preis man erfährt nicht genau was es ist sie selbst wissen es auch nicht zumindest soweit ich mich erinnere aber die treffen dann halt aufeinander und kämpfen in new york der damaligen zeit gegeneinander klingt eigentlich nicht schlecht ist es prinzipiell auch nicht aber ich muss sagen für mich hat an dem film jetzt doch schon ganz schön der zahn der zeit genagt und und man guckt sich ja vielleicht liegt es auch einfach daran weil ich den ja damals zu videozeiten sehr häufig gesehen habe und irgendwann dann doch gemerkt habe naja was natürlich bemerkend werden in dem film ist und das muss man positiv in rechnung stellen sozusagen ist natürlich der soundtrack von queen da machst du nie was mit falsch wenn du wirklich wenn du es schaffst queen für sowas zu engagieren und die natürlich dann mit vielen auch bekannten liedern da also heute bekannten die dann damals war es natürlich für den film was beisteuern dann ist das schon ein großes ding zumal auch wenn schon connery zum beispiel mitspielt ich glaube der film damals doch ja die movie war und halt irgendwie den nerv der zeit traf und da ja ich will nicht sagen was los trat weil mir fällt jetzt speziell nicht mir fallen jetzt speziell nicht so viele mittelalter filme ein die danach kam aber irgendwie schlug das ding damals gut ein zog auch unendlich viele fortsetzungen nach sich ich weiß gar nicht wie viel ich habe irgendwann glaube ich nach vier oder so aufhören zu zählen es gab auch noch eine tv serie die irgendwann in den 90ern kam ich habe immer so das gefühl diese tv serie wurde hauptsächlich auf drängen von rtl produziert ich glaube also der film selbst ist ja glaube ich auch eigentlich eigentlich ein eher britischer film und also mit britischem geld wahrscheinlich hergestellt und und also das ganze ding ist halt etwas europäisches auch wenn es in new york denn im endeffekt spielt da gab es halt wie gesagt so eine tv serie mit dieser edrian edrian es war im grunde dieselbe geschichte und und naja wie es halt immer so ist du hast halt einen erfolgreichen film und dann drehst du fortsetzungen und dann müssen immer die regeln so ein bisschen verändert werden weil er ist ja ich denke auch da frage ich dann zu viel am ende natürlich der sieger des ganzen und eigentlich ist die sache damit gegessen aber dann gibt es einen zweiten teil und dann gibt es so eine hintergrund geschichte die ihm auf einmal völlig klar ist aber zu beginn des films wusste er gar nichts darüber auf einmal tut er so als ob ja dann war da irgendwie was mit dass sie von einem anderen planeten kann es war ganz merkwürdig ich an den zweiten teil erinnere ich mich nur mit schaudern der war wirklich sehr sehr komisch und ich glaube von den anderen habe ich noch irgendeinen gesehen aber auch das war halt irgendwie nicht mehr so das wahre ich erinnere ich mag mich erinnern dass in einem teil wirklich christopher lambert und besagte adrian aufeinandertrafen also da da gab es dann sozusagen so eine überschneidung der tv-serie und der der filmserie und ich glaube aber das war noch nicht der letzte film da gab es dann noch mehr nun ja gut highlander wie bei allen diesen filmen kann man gucken muss man nicht ist ist schon in ordnung aber wenn jetzt tatsächlich nicht kennen sollte und sich das den hier anguckt also um eine lücke zu schließen guckt ihn euch mal an aber wie gesagt ich würde jetzt nicht so ein monsterwerk erwarten jetzt aber natürlich nicht weil der weil man heute sagen könnte es könnte mal viel besseren special effects machen oder so das sollte man ja sowieso mal außen vor lassen man sollte halt immer einen film betrachten in der zeit in der gedreht wurde was damals möglich war und viele sachen waren eben zur damaligen zeit noch nicht möglich so sieht man ihn halt auch wirklich am ende wenn er durch die lüfte schwebt man sieht halt tatsächlich die die drahtseiler an denen hängt ja auch wenn die oder die die angel sehen oder was das sind sehr dünne sachen aber man sieht es halt wenn man da mit einem scheinwerfer drauf geht ist kein wunder ja aber ja na gut ich weiß nicht was ich dazu noch sagen gut das wäre es auch schon wieder gewesen für heute in drei tagen geht es weiter halt in drei tagen ist man nicht tatsächlich sind es vier tage ich muss um einen tag verschieben in vier tagen geht es weiter und bis dahin bleibt mir natürlich trotzdem will man dazu sagen ich sage ja zu sprudeln im deutschen wasser tschau